Wichtig, uns nicht einzuschränken. Struber spricht über Wintertransfers FC-Trainer lässt mit Aussage aufhorchen. Der FC Köln darf erstmals nach der Kassperre wieder externe Spieler verpflichten. Davon wollen die Verantwortlichen Gebrauch machen. Nach einer Aussage von Gerhard Struber wohl sogar im größeren Stil. Mit großer Spannung blicken die Fans des FC Köln auf das anstehende Wintertransferfenster. Der Klub darf erstmals nach der Kassperre wieder externe Spieler verpflichten und sondiert im Hintergrund schon eifrig den Markt. Thomas Kessler deutete bei Helebelang der Tog zum FC bereits mindestens zwei Winterneuzugänge an. FC Köln plant Offensive auf dem Wintertransfermarkt. Es gibt Positionen, auf denen wir uns verbessern wollen. Die Rechtsverteidigerposition ist sicherlich eine, auf der wir uns unschauen. Wir schauen auch nach einem klaren Neuner, sondieren den Markt. Ein Neuner, der abschlussstark ist, kostet natürlich das meiste Geld, sagte der Leiter Lizenz bei der Veranstaltung von Express.de und Kölner Stadtanzeiger. Nun hat sich auch Gerhard Struber zu dem Thema geäußert und stellt sogar noch mehr Transfer in Aussicht. Vor dem Spiel bei Darmstadt 98 am Freitag sagte der FC Trainer, wir halten die Augen und Ohren nach interessanten Spielern auf vielen Positionen offen. Wir prüfen Möglichkeiten, ich würde das nicht nur runterbrechen auf einen Stürmer und einen Rechtsverteidiger. Es ist wichtig, dass wir uns da nicht einschränken. Plant der FC im Winter die Großoffensive? Fakt ist, dass die Verantwortlichen um Christian Keller an allen möglichen Stellschrauben drehen wollen, um den Aufstieg möglichst schon in dieser Saison zu realisieren. Das nötige Kleingeld dafür sollte die Klubkasse nach der Sperre hergeben. Bleibt die Frage, was der Markt im Winter hergibt. Es ist wichtig, dass uns Spieler im Hier und Jetzt und auch in Zukunft helfen, sagt Struber. Der Österreicher verrät, worauf es bei der Suche nach potenziellen Verstärkungen ankommt. Wir müssen smarte Entscheidungen im Winter treffen, die richtigen Jungs dazu zu holen. Sie müssen von der Mentalität dazu passen, perspektivisch Qualität mitbringen und einen gewissen Standard gewährleisten.